Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinen Channel. Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zu Studio Vlog Nummer 2. Und zwar möchte ich euch einfach ein bisschen erzählen, was die letzte Zeit so los war, was es vielleicht Neues gibt. Und währenddessen werde ich an meiner aktuellen Bleistiftzeichnung weiterzeichnen. Ihr werdet das Ganze dann in Echtzeit sehen. Aber zwischendurch werde ich auch immer noch mal so ein paar andere Videos einblenden, zum Beispiel vom Hundetraining und so. Also seid gespannt und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen jetzt. Hier eine kleine Vorschau, was euch so noch im Video erwarten wird. Und dann legen wir auch schon los mit der Bleistiftzeichnung. Und zwar, wie gesagt, das Ganze, was ich zeichne, wird in Echtzeit sein. Und ich zeichne hier mit den Buntstiften, Quatsch, mit den Bleistiften von Faber Castell, also diese 9000er Reihe, auf den Lana Bristol. Und ich habe mich in diesem Fall für das Lana Bristol entschieden, weil es eine A4-Zeichnung ist und man bei dem Bristol keine Papierstruktur hat, die man irgendwie wegarbeiten müsste. Und gerade wenn man feine Details arbeiten möchte, finde ich das dann sehr angenehm, muss ich sagen. Und für mich reicht das auch von Schichten her total aus. Und ich möchte noch mal dazu sagen, wenn man jetzt zum Beispiel einen schönen Hintergrund machen möchte, wo das alles relativ gleichmäßig grau ist oder so ein paar Abstufungen mit grau da vorhanden sind, Und da würde ich persönlich das Paint-On von Clairefontaine zum Beispiel bevorzugen. Einfach aufgrund der Struktur lässt sich ein viel schönerer Übergang zeichnen, sage ich mal. Weil beim Lana wird man sehr schnell Unregelmäßigkeiten erkennen und wenn man keinen sauberen Übergang gemacht hat und alles, das erkennt man bei den Lana halt sehr, sehr schnell. Weil es halt auch keine Papierstruktur hat, was das ein bisschen kaschieren könnte, sage ich mal. Und deswegen, also wie gesagt, das ist halt auch nur so, dass man, finde ich, Papiertipps geben kann, was man so nutzt, aber jeder muss das halt auch für sich selber herausfinden, womit er gut zurechtkommt. Bleistiftzeichnungen sind bei mir mittlerweile recht, ja, selten geworden. Einmal benutze ich sie kaum für freie Zeichnungen, muss ich sagen. Weil mich persönlich dann doch die anderen Techniken dann eher, ja, ansprechen vielleicht. Aber ich suche halt das Motiv meistens zuerst raus und dann entscheide ich mich für die Technik, die ich dafür benutze. Weil ich möchte auch, dass das irgendwie so ein bisschen zusammenpasst. Also ich sage mir nicht, ich möchte jetzt unbedingt Bleistift bezeichnen und dann suche ich mir eine Vorlage und die setze ich dann im Bleistift um. Wenn ich allerdings eine Vorlage habe und ich denke so, wow, das würde super aussehen, weil da so viel Kontrast drin ist und sowieso viel Schwarz-Weiß, dann würde ich mich zum Beispiel auch sehr wahrscheinlich für Bleistifte entscheiden. Aber wie gesagt, bei freien Werken ist es recht selten geworden, als auch bei Aufträgen. Da habe ich festgestellt, dass das immer so ein bisschen schwankt. Also ein Jahr ist mal Pastell sehr beliebt, dann ist ein Jahr tatsächlich auch Bleistift sehr beliebt. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, es wird halt weniger momentan oder ich zeichne momentan weniger in Bleistift. Letztes Jahr habe ich dafür recht viel für meine Verhältnisse in Bleistift gezeichnet, aber ich mache das halt immer noch sehr gerne. Aber das ist wirklich ein anderes Arbeiten als mit Buntstift zum Beispiel, weil man hier natürlich auch Detail-Super noch ausradieren kann, solange man halt nicht sehr stark schon aufgedrückt hat, mit den 8b zum Beispiel. Aber auch hier arbeite ich das Fell halt in Schichten aus. Das heißt, ich mache erst die unterste Schicht, je nachdem auch was für eine Fellfarbe das Tier hat. Hier ist es jetzt so ein Schwarz mit so rot-orangenen Abzeichen. Ich weiß nicht, wie man die Farbe nennt und von daher nutze ich dann hier für die unterste Schicht zum Beispiel einen HB-Bleistift. Ja, nun kommen wir zum Hundetraining bzw. zum Tricktraining. Das machen wir öfter die Woche. Und ja, Kalle kann halt noch nicht so viele Tricks, aber wir üben das durch die Beine laufen zum Beispiel. Und aufsteigen heißt das bei uns, also auf meine Füße vorne aufsteigen mit den Vorderpfötchen. Und währenddessen muss halt der andere Hund jeweils warten, der halt nicht dran ist, damit ich in Ruhe dann mit denen trainieren kann. Das Stange rumlaufen, also um den Baum, um zu. Das ist bei uns die Stange. Das üben wir auch schon so ein bisschen. Das klappt in eine Richtung auch schon ganz gut mit den Kalle. So, nun ist der Loki dran. Loki kann das durch die Beine laufen, natürlich schon deutlich besser. Und das Aufsteigen natürlich auch. Er kann das halt schon, natürlich auch schon länger als Kalle. Und Kalle wird zwischendurch fürs Warten auch immer noch belohnt. Damit er halt auch natürlich weiß, dass er das gut macht, wenn er wartet. Aber natürlich gibt es halt auch immer Situationen, wo er nochmal aufsteht. Das ist bei Loki auch so. Wo ich dann nochmal korrigieren muss, ist auch völlig in Ordnung. Aber er weiß dann, dass er warten muss. Und mit Loki übe ich gerade das rückwärts einparken. Also auf Distanz geht das noch nicht, aber so, wenn er vor mir sitzt, klappt das schon ganz gut. Nun schicke ich Loki nochmal um die Bäume bei uns, um zu und herum. Und das versuche ich hauptsächlich halt mit Körpersprache so zu machen. Und nicht so viel dabei zu reden, sondern dass er auf mich achtet, wenn er was macht. Ja, und es ist noch was, die seit dem letzten Studio-Blog passiert, was mit den Hunden zu tun hat. Und zwar geben wir in regelmäßigen Abständen halt Kotproben beim Tierarzt ab, um nachschauen zu lassen, ob die Hunde Würmer haben, Giardien oder sonstiges, damit die nicht einfach umsonst so eine Wurmkur bekommen. Und ja, bei der letzten Kotprobe kam dann heraus, dass die beiden Giardien haben. Ich war nicht so sonderlich begeistert. Falls sich jetzt Leute fragen, was das ist. Also das ist so ein Darmparasit, der sich halt auch schnell übertragen lässt. Und zum Beispiel durch Trinken aus kontaminierten Pfützen, riechen an Vogel- oder Katzenkot zum Beispiel, aber auch wenn die eigenen Hunde am Kot von einem anderen Hund schnüffeln oder am Po schnüffeln. Also das kann so schnell halt übertragen werden. Und deswegen kann ich auch nur nochmal an alle appellieren, hebt doch bitte die Hinterlassenschaften von euren Tieren auf. Einmal sieht es schöner aus. Vor allen Dingen, also wenn ich das bei uns am Straßenrand sehe, da liegt einfach so viel Hundekot. Und ich denke mir, man muss sich nur bücken und das aufheben. Meistens gibt es ja auch sogar Mülleimer, wo man das dann gleich entsorgen kann. Also ist nicht schlimm. Und ich finde, das gehört dazu, wenn man einen Hund hat. Also, und ihr könnt somit natürlich auch dazu beitragen, dass sich gerade solche Krankheiten nicht so schnell verbreiten. Also, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen sozusagen. Und wie gesagt, ich finde es halt auch nicht schön, wenn man dann da Gassi geht. Und da liegen halt überall Hundehaufen. So. Aber vielleicht finden das manche auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, bitte hebt doch bitte die Hinterlassenschaften von euren Hund auf. Ja, also zu den Gliadien nochmal. Also man sollte natürlich mehr auf Hygiene achten. Dann, dass die nicht so viel Kohlenhydrate essen und sowas, weil die sich davon halt ernähren. Ja, und jetzt geben wir noch eine Probe beim Tierarzt ab. Und gucken, ob die Gliadien jetzt weg sind. Weil die haben natürlich auch Medikamente jetzt bekommen. Und wie gesagt, wir haben das alles gewaschen und desinfiziert. Was man ja heutzutage viel desinfiziert. Und abgekocht. Also, ich hoffe wirklich, die sind weg. Also, es war jetzt nicht auch so schlimm, die Tage zu machen. Aber man möchte natürlich auch gerne, dass es dann sich gelohnt hat und dass man das dann hinter sich lassen kann. So, jetzt zurück zur Zeichnung nochmal. Ihr seht ja, dass ich das Fell jetzt weiter aufbaue. Und zwar mit immer weicheren und dunkleren Stiften. Heißt, für die Grundierung nehme ich ja meistens bei den ganz dunklen Stellen, die fast schwarz sind, einen HB Bleistift. Und werde dann immer dunkler mit zum Beispiel einem B, einem 3B, einem 5B und einem 8B. 8B nehme ich besonders auch bei den Stellen, wo es halt wirklich ganz schwarz ist. Dafür spitze ich den Stift dann auch gut an. Und ich nehme auch mein Blatt aus dem Block heraus und lege es auf meinen Schreibtisch. Und das ist halt so eine harte, glatte Unterlage. Und wie gesagt, ich kann nur empfehlen, keinen Holztisch oder so zu nehmen, wo man die Maserung sieht. Das wäre ärgerlich, weil dann habt ihr halt die Holzmaserung auch auf eurer Zeichnung. Wenn das so gewollt ist, ist das natürlich okay. Aber nur für euch als Vorwarnung. Also nehmt eine glatte Unterlage. Und das Fell baue ich natürlich wie immer in Fellrichtung auf. Bei mir dauern Bleistiftzeichnungen nicht ganz so lange wie Buntstiftzeichnungen, weil ich natürlich nur den Kontrast im Blick haben muss und nicht so sehr die Farben und die Grauabstufung halt. Wie ihr seht, sehe ich auch manchmal die Striche vom dunkleren in den helleren Bereich, also quasi genau entgegengesetzte Fellrichtung. Und das mache ich einfach deswegen, damit ich diesen harten Punkt, den man am Anfang quasi hat, nicht im helleren Bereich hat. Sondern da hat man da immer so einen Ansatz von diesen Strichen, den man dann halt auch irgendwann sieht, wenn man da zu viele von macht. Und da ich das halt, der Hund halt überall der Fell hat, könnte sich dann da gegebenenfalls so eine Linie entwickeln. Und das möchte ich halt nicht. Und da ich ja auf den einen Bereich eh schon einen sehr dunklen Bereich habe, kann ich ruhig von da die Striche ansetzen und dann in den helleren Bereich reinziehen. Und somit habe ich aber trotzdem diese Fellrichtung gegeben. Übrigens als Tipp, um euch das Zeichnen mit Bleistift oder allgemein mit Schwarz-Weiß-Medien zu erleichtern, entsättigt euch einfach eure Vorlage. Heißt, ihr nehmt die komplette Farbe heraus. Und dann habt ihr auch nur noch ein Schwarz-Weiß-Bild für euch und dann könnt ihr euch daran ganz einfach an den Grauabstufungen orientieren. Wie bei Buntstift auch, gilt auch natürlich hier, wie ich in meinen Grundlagen-Video für das Fellzeichnen schon mal erwähnt habe, dass man das Fell oder die Striche, Härchen, also die Haarstriche, nicht direkt nebeneinander setzt, sondern dass man die auch über Lappen zeichnet. Und dass man quasi erst den Stift ganz doll aufdrückt, also jetzt übertrieben gesagt doll aufdrückt, dann eine fließende Bewegung macht, dann den Stift immer weiter vom Papier löst, bis es sich zum Schluss komplett vom Papier abhebt. Somit bekommt man quasi so keinen gleichmäßigen Strich, der komplett gleichmäßig aussieht, sondern der wie Fell aussieht. Also, dass zu dem Ende hin dünner wird der Strich. Das erreicht man damit. Und natürlich, je kleiner man zeichnet und je kürzer das Fell, desto kleinere Striche am besten machen. Hier seht ihr unser Insektenhotel. Wie gesagt, es sollte an einem sonnigen, geschützten Platz aufgehängt werden. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob da dann auch bald irgendwelche Insekten einziehen werden, ne, Loki? Genau. Hier sind unsere Erdbeeren im Hochbeet. Mal schauen, wie die dieses Jahr so werden. Und da ist der Kalle. Der hat da gerade ein Loch gebuddelt. So, ja, wir wollen oder ich will die nächsten Tage auch noch weitere Sachen einpflanzen. In den letzten Wochen habe ich mich irgendwie noch nicht getraut, weil es ja irgendwie zwischendurch immer wieder gefroren hat. Und dann wollte ich nicht, dass die, wenn man das gleich eingeseht hat, dass das dann irgendwie erfriert. Also Petersilie habe ich auf jeden Fall. Zucchini haben wir. Erdbeeren haben wir auch. Die habt ihr ja schon gesehen. Himbeeren, die kommen jetzt auch wieder. Und Karotten haben wir auch. Also meistens sind das einfach nur so kleine Karotten, die wir dann direkt von da natürlich mit sauber machen dann essen. Oder dass die Hunde auch mal eine Karotte davon kriegen. Also so ganz einfache Sachen eben. Und Paprika haben wir, glaube ich, dieses Jahr auch mit dabei. Letztes Jahr hat die Zucchini ganz gut funktioniert. Der Brokkoli ist auch ganz okay herausgekommen. Bohnen hatten wir tatsächlich auch recht viele. Also es war okay. Also es hat für ein paar Mahlzeiten sozusagen ausgereicht. Und wie seid ihr so unterwegs? Also habt ihr auch ein Hochbeet oder Allgemeingarten oder Beete, wo ihr auch was anpflanzt? Oder macht ihr sowas gar nicht? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein. Dann kann man ja mal schauen, wer das sich dann noch so ausprobiert im Gärtnern. Und wie gesagt, unsere Erdbeeren waren letztes Jahr sehr lecker. Also man hat wirklich den Unterschied geschmeckt. Also ich habe Erdbeerkuchen gemacht, da hat nur die Hälfte von unseren gereicht. Und dann mussten wir noch eine Packung kaufen. Man hat wirklich den Unterschied geschmeckt, welche aus dem Garten waren und welche von so einem Stand waren. Da war ich doch echt schon so ein bisschen so okay. Also dass man das tatsächlich so schmeckt. Also die Erdbeeren aus dem Garten haben nach deutlich mehr geschmeckt. Also dieses Erdbeeraroma, sage ich mal, war deutlich mehr da, als bei denen, die man so kaufen kann. Das war schon echt, wo man dachte so, wow. Das lohnt sich, richtig? Also fand ich. Hätte zwar mehr sein können von den Erdbeeren her, aber war okay. Also das war ich mir nicht. Also das war ich mir nicht, da ist mir nicht besser. Also können wir uns glaube ich, worauf ich super angefangen. Aber wieder один war auch jeden war. rés بت der pumpkin habe mich, das diversity in einem Gaunt. Und damit war es etwas nicht so nun da. Nee, genau das war mit euch ab. Also was das empfohlen die erste Ist. ja man sieht das bild nimmt langsam form an wie gesagt ich strichel halt auch alles und da der hund hat auch sehr kurzes feld hat mache ich halt viele kleine striche weil wie gesagt je kleiner das papier und die kurzhaarige der hund desto kürzere striche macht man am besten gerade um die nase um zu sind natürlich noch kürzer und das versuche ich natürlich auch darzustellen falls ihr euch fragt warum fängt sie denn auf der linken seite an sie ist doch linkshänderin also man hat ja früher ich weiß nicht ob man das heutzutage tatsächlich immer noch so sagt dass man wenn man linkshänder ist auf der rechten seite anfängt und nach sich nach links sozusagen arbeitet daran habe ich mich glaube ich auch noch nie gehalten so richtig glaube ich also weil ich halt immer auch ein blatt also oder transparent papier wie in diesem fall unter meiner zeichenhand habe und ich berühre die zeichnung somit nicht gut ich muss natürlich immer darauf achten dass es darunter sauber ist also dass dieses papier auf der rückseite sauber ist damit ich da nicht auf den hintergrund irgendwie nachher irgendwelche abdrücke mache aber ich möchte halt auch nicht daran gebunden sein mich von rechts nach links zu arbeiten nur weil ich linkshänder bin also und deswegen ich möchte halt das zeichnen wo ich halt gerade lust drauf habe weil mich auch viele fragen übrigens ja wie gehst du vor was zeichnest du wann ich zeichne meistens erst die augen also 95 prozent der fälle dann die nase und das maul also wenn das maul offen ist und dann fange ich das fell an also ich weiß nicht warum das so ist aber es hat sich also eingebürgert und deswegen mache ich das halt so und wie gesagt jeder wie er da mag also es gibt kein richtig kein falsch wie gesagt ich mache erst die augen gerade bei aufträgen weil ich halt auch möchte dass das alles stimmt und dass man halt auch den hund erkennen kann wäre halt ärgerlich wenn ich nachher 20 stunden investiert hätte oder mehr und dann versau ich nachher die augen und ich muss noch mal von vorne anfangen oder sowas deswegen mache ich persönlich erst die augen es ist noch nicht vorgekommen dass ich schon mal noch mal anfangen musste aber sicher ist sicher von daher mache ich es so ja und ich habe wieder was neues ausprobiert und zwar habe ich die gouache ausprobiert ich hatte was im kopf so ich hatte eine idee ich habe es irgendwie nicht hinbekommen unten also nicht umgesetzt bekommen so richtig hier haben wir und meinen ersten versuch und zwar hat mir da schon nicht gefallen dass ich den unter also das aquarell diese untergrundfarbe mit schwarz gemacht habe anstatt mit pain pain's grey deshalb glaube ich pain's grey hier habe ich das jetzt mit pain's grey gemacht pain pain's grey bläulich ist auch halbwegs so geworden wie ich mir das vorgestellt habe also ich hatte ja mal in meinen skizzenbuch ich weiß nicht die die mir bei insta und facebook folgen haben es gesehen den raben und den wolf mit den farbigen akzenten und mit dem hintergrund und ich fand das einfach voll cool und dann wollte ich das irgendwie mit vita austesten und es ist irgendwie total gefloppt also ich sage auch nicht dass das bild schlecht ist aber es spricht mich halt einfach nicht so an wie die anderen beiden bilder ich weiß nicht irgendwie hat das an den tag alles nicht so hingehauen dass also wie gesagt gefällt mir an sich halt nicht nicht weil es vielleicht nicht gut gemalt ist oder ähnliches aber ich weiß nicht es toucht mich halt irgendwie nicht so und die anderen also den raben und den wolf wie gesagt könnt ihr auf insta und facebook da heißt sich auch wie das artworks anschauen da hat mir das halt viel besser gefallen und so wollte ich das halt ähnlich umsetzen und ich habe es irgendwie nicht hingekriegt aber mal schauen ich jetzt ich werde auf jeden fall noch weiter mit gouache herumexperimentieren und ich habe mir wie gesagt welche bestellt die hoffentlich bald ankommen und ich weiß noch nicht also ich werde da wie gesagt weiter mit rumtesten und vielleicht auch erst mal wieder im skizzenbuch noch mal so ein bisschen sachen austesten momentan probiere ich ja viel sachen aus mit mehr farbe und sowas und allgemein mag ich ja diese das malen mit aquarell halt einfach mega gerne das klingt dann auch irgendwie so ein bisschen komisch wenn ich sage also wenn man also wie soll ich das erklären allgemein die farben und wie sie sich so mit wasser verhalten und so das klingt so ein bisschen strange also das ist einfach so schön und dann sieht das noch mal so anders aus wenn das getrocknet ist wo ich mich da halt noch zügeln muss ist zu wissen wann schluss ist aber lang das wird auch schon langsam aber wie gesagt meine bunten aquarelle finde ich da zum beispiel richtig cool also die sprechen mich persönlichheit an aus irgendeinem grund und wenn ihr die halt auch mal angucken wollte wie gesagt facebook und insta und es sind noch welche zum verkauf auf meiner homepage und davon gibt es auch prints von ein von einigen bunten aquarellen ich finde das halt voll cool und deswegen also es macht mir auch einfach spaß und zeichnen normalen hey soll ich spaß machen das ist ja die hauptsache und mit gouache werde ich auch noch einen weg finden weil ich das einfach auch cool finde vielleicht werde ich auch nie damit warm ich weiß es nicht aber ich habe ja schon zwei bilder die ich damit gemalt habe die ich gut fand und vielleicht hatte ich auch einfach einen blöden tag und dann hat das mit vita nicht hingehauen keine ahnung ich werde dran bleiben werde euch wenn ihr wollt berichten oder auch mal zeigen also mit gouache bin ich noch nicht so weit und war schon noch mal zurück zur zeichnung für die highlights ausradieren oder einzelne härchen ausradieren benutze ich zum beispiel gerne den mono zero radierer den gibt es in rund und in eckig ich habe ihn in eckig und damit kann man gut feine härchen noch mal ausradieren und dann gehe ich noch mal mit einem bleistift einige linien nach damit sich das noch mal überlappt und somit hat man noch eine schicht momentan kommt mir dieses bild halt auch schon so lange vor dass ich da schon sehr lange dran sitze weil ich immer wieder und ach da noch mal und da noch mal ein detail deswegen also das bild wird wahrscheinlich auch recht lange dauern aber es ist egal bei mir dauert ein bild so lange wie es dauert und okay also ist mir relativ egal ich arbeite einfach daran dass ich zufrieden bin und dann ist es fertig und wenn dann der kunde natürlich auch noch happy ist das ist dann natürlich doppelt gut wenn man selber und der kunde zufrieden ist ja hier seht ihr auch noch mal dass es halt wirklich kein großes bild ist und dass ich halt wirklich kleine striche dafür mache damit ich das kurze fell hinbekomme und übrigens denkt wie immer natürlich gerne daran wenn euch das video gefällt gebt dem video gerne ein like und kommentiert ist natürlich auch gerne denn gerade diese interaktion mit den videos dadurch wird man weiter oben gerankt und somit können auch andere leute die mich noch nicht kennen meine videos einfach leichter finden und somit helft ihr mir halt auch dass mein channel weiter wächst also vielen dank dafür und wenn du zum beispiel meine videos schaust dann denk doch mal darüber nach ob du nicht meinen channel abonnieren möchtest klickt dann auch super gerne die glocke an dann verpasst auch kein neues video mehr kein neuen beitrag eine und keine umfrage und so weiter also vielen dank für eure unterstützung vielen dank fürs zuschauen und ich wünsche euch jetzt noch viel spaß mit weiteren videos von mir wir sehen uns darin wieder bis dann